Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 von Blackwater... nein, Blackwood Crossing. Ich hab gerade kurz den Namen vergessen. Wir sind hier immer noch in diesem Zug und sehen immer noch unsere Grundschullehrerin, wie sie diesen Rabauken... Was macht sie? Packt sie ihn gerade an der Nase? Ah, nee, am Ohr. Das macht man aber nicht als Lehrperson. Nein. Ich wollte mir das nicht noch... Okay. Ja. Wenigstens sind wir nicht die Einzige, die verrückt wird. Unsere Eltern... Und warum fühle ich mich, als ob wir etwas vergessen haben? Ihr habt uns vergessen. Mich und Finn. Also, schätze ich mal. Und was läuft bei euch? Wer weiß. Wer weiß. Nun gut. Also, ich schätze mal, das Mädchen, von dem sie reden, sind wir. Ich weiß es natürlich nicht, aber da sind wir. Da sind wir. Ich bin so. Das ist ja auch. Ich bin so ein Schraub. Ich bin so ein Schraub. Hm. Ja, Finn, wir kommen gleich. Kann ich mit uns noch irgendwas machen? Ja. Das ist also eine Erinnerung. Und so sehen wir also aus. Interessant. Interessant. Definitiv Fins Schwester. Lässt sich nicht leugnen. Wo ist der kleine Racker denn jetzt schon wieder? Ja, wo bist du denn hingerannt, Finn? Finn, wo warst du denn? Hier bist du. Nein. Warum? Finn. Brüderchen. Da bist du. Hallo. Schon wieder. Hör auf damit. Und immer wieder der gleiche Raum, ne? I must be going mad. Ja, das... If this is a dream, I need to eat less cheese. What on earth? Okay. That's... Is this hübsch? Wait. Finn. Finn, don't go up there. Oh, jetzt müssen wir... Finn. We don't know it's safe. Finn. Finn. Finn, I need you to put the ladder back and climb down. You can't come up without the password. Oh. I don't like this, Finn. I'm not playing anymore. Nana. Scarlet doesn't know the password. Muss ich jetzt... Sarkastisch. You think you're so clever, don't you? Das... Ist aber echt krass, weil... Das ist schon ein sehr akkurates Geschwisterverhalten, ne? Eine Wasserpistole. Damit könnten wir Finn von dem Baum runterschießen, vielleicht. Oh, ist das hübsch? Sarkastisch. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Guck mal. Sind das wir? Was ist das? Prinzess Scarlet to the rescue. Haha. Ja, das sind wir. Okay. Pack das weg. Haben also ein Foto gefunden. Ich schätze mal, wir müssen noch mehr Fotos finden. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommen hier auch noch Rätsel dazu. Darin bin ich doch so schlecht. Aber die Musik ist leiser geworden. Ah, hier sind noch Fotos. Hier ist noch eins. Sehr schön. Zweites Foto gefunden. Ah, da an dem Baum ist nochmal eines. Gotcha. Das ist, was du bekommst, wenn du verbringst. Oh, und wir haben den Drachen geköpft. Fehlt uns noch ein Foto. Und dann haben wir es. Ist das hier hinten irgendwo? Hm. Die sind auch so winzig. Ich sehe die doch. Niemals. Da. Nein, das ist ein Schalter. Kein Foto. Weitersuchen. 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 Aber ich hätte jetzt vermutet, dass hier vorne irgendwo noch eines sein muss, weil wir hier, ähm, weil wir hier noch keins gefunden haben. Hier ist ein Schläger. Untersuchen. Das ist Grandad's Cricketback. Eine reale Antike. Genau, Cricket. Ist das Wort nicht eingefallen. Ähm. Okay, aber wo ist das letzte Foto? Scarlett. Wo ist das Foto? Dad's old guitar. He could really play. Alles Erinnerungsstücke. Ist der... Ist da hinter? Was? Nein. Äh. Nur eine Blume. Da. 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 Ja. Gefunden. Gefunden. Äh. Einsammeln. Nice. Oh. Ach so. Ja, ich meine, die Reihenfolge ist ja klar. Zuerst kommt... Wuboots. Da kämpfen wir. Dann kommt Blubuck. Da versucht er, ihn zu töten. Dann kommen wir mit Fubor und killen den Drachen. Und Ewuba feiern wir, dass wir den Drachen getötet haben. Zuerst Wuboots. Wuboots. Blubuck. Bluback. Fubber. Fubbor. Und Ewuba. Ewuba. Was? No, that's not it. Wirklich nicht? Okay. Dann ist es vielleicht, hat er zuerst gegen den Drachen gekämpft. Dann sind wir gekommen. Haben ihn geköpft. Und dann haben wir gefeiert. Ja. Natürlich, Finn. Wie könnte ich das vergessen? Oder einmal falsch machen. Oder nicht aussprechen können. Geh hoch. Oh, wir haben schwarz lackierte Fingernägel, weil wir gerade in einer schwierigen Phase sind. Und wir sind ja ein Teenager. Oh, ist das hübsch. Oh, das ist voll cool. Ich wollte immer ein Baumhaus haben. Na, Finn? Oh, Cameron? Du musst nicht sofort wegziehen, oder? Ich sagte, du musst nicht sofort wegziehen. Du wirst ein bisschen bleiben. Ja, natürlich. Natürlich helfen wir ihm mit seiner Zeichnung. Kleiner, wobei brauchst du denn Hilfe? Find some scissors. And the celly tape, will you? Okay. Scheren und Klebeband. Es gibt ein Planetarium? Meint er das hier? Schon niedlich, ne? Das hier sieht nach Planetarium aus, weil da liegen irgendwie... Ich kann nicht sprechen. Ein paar Planeten. Hm. Ach, hier liegen überall Planeten. Na gut. Aber wo ist das Planetarium? Wo, wo, wo? Mein Gott, ist das hübsch. Das einzig nicht hübsch. Ach, vielleicht ist das Planetarium da oben? Ähm, sind die Frames. Also, ich hab nie mehr als 15 Frames. Und ich mein, das ist wirklich wenig. Ach, hier ist das Planetarium. Ach, hier ist das Planetarium. Oh, ich hätte das geliebt als Kind. Ja, ne Schere. There they are. Oh, ist das nice. Also, ich muss zugeben, ich hätte das immer noch gerne. Und ich bin kein Kind mehr. Oh, was ist das? Da konnten wir was untersuchen. Nein, untersuch das, Scarlet. So lange Kind sein, wie man kann. So lange Kind sein, wie es nur geht. Oh, jei, jei. Und wir klettern wieder runter aus dem Planetarium. Boah, ich bin richtig neidisch auf die beiden. So ein geiles Baumhaus. Hallo, ich hab deine Schere gefunden. Where's the tape? I think Roscoe took it. Woof. Nein, wie süß. Haha. Woof. Roscoe. Drop. Haha. Good boy. Oh, wie gut. Haha. Oh, richtig nice. Okay, wir haben alles. Finn. Okay, ich habe sie. Well, dann. Sit hier mit mir. Okay. Setz dich. Come on. Let's get started. We're doing butterflies. Oh. Nein. Okay. You draw, I'll do the wire. Ich hasse. Hasse Schmetterlinge. Achso, ich muss so. Adi. Finn. Do you remember the train? That we were on before? There were some people. Wearing masks. Did you like them? That's not what I meant. I could make you one if you like. No, Finn. I want to know why they're here. Yeah, Finn. Erzähl mal. Die waren nämlich ganz schön unheimlich. Und ich wünschte, ich könnte auch mit einem Stift so schön malen. Finn. Oh, Geschwister. Ja. Ach, Manu. Ähm. Man muss vielleicht wissen, die beiden sind Waisenkinder. Das erklärt das alles ein bisschen besser. How's that? Nice. Cut them out for me. I'm all thumbs. Oh. Er ist so niedlich. Okay. Wir schneiden. Zack. Und zack. Und zack. Sorry, dass ihr jetzt das Geklicke wahrscheinlich hört. Hey. Mom und Dad. Sie können Sie sich nicht erinnern. Nein. Es ist wichtig. Not when I concentrate, but I dream about them and it's like they're right there. Then I wake up and they're gone. Can you describe them to me? I don't know. Dad was very tall, but I suppose everyone was. He let me sit on his shoulders when I couldn't see. And Mum? Finn, merkst du nicht, dass sie nicht drüber reden möchte? Besonders anscheinend nicht über ihre Mama. Oder vielleicht wollen wir einfach zu langsam mitschneiden. Das kann auch sehr gut sein. Was macht er? Hat er Zauberfinger? Oh, Finn. Komm, wir müssen jetzt unseren kleinen Bruder trösten. Die Dinger sind richtig... Okay, ich meine, ich hasse Schmetterlinge, aber die Dinger sind echt cool. Oh nein, Finn. What the fuck? How did you do that? I don't know. What is that? I just wanted it to fly. Can you do it again? I don't know. Chris, Finn? Wir können's bestimmt nicht. Doch! Leben schenken! Es ist magisch! Das ist unglaublich! Sorry, Finn. Ich muss wirklich gehen. Wir spielen später, okay? Oh nein! Ach, Finn. Ach, Menno. Wir können ihnen Leben schenken, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese hier dauert schon unfassbar lange. Das Spiel entwickelt sich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und schaut zusammen.